So was mache ich so früh morgens sonntags schon irgendwo unterwegs? Ich bereite mein nächstes Shooting vor und es wird ein Meerjungfrauen-Shooting mit Wasserfall und ich freue mich da tierisch drauf. Marlen wird dabei sein und es wird echt der Hammer werden. So schön angekommen bei der Location mit Marlen. Das klappen sieht man nicht. Doch klar sieht man nicht, oder? Das ist voll weit, da siehst du alles mit. Das geht bis dahin. Du siehst da hinten den Turm und du siehst auch auf der Rückseite so eine Mega-Kamera. Geil, das ist ein Wunderwerk der Technik. Man kann sogar den Boden sehen und den Himmel und das gleichzeitig. Ich muss nur schnell gucken. Das ist scheißegal. Komm, wir shooten. So gerade das Meerjungfrauen-Shooting beendet mit Marlen und es war kalt. warm. Ne, es war kalt. Wir waren irgendwie bis hierhin im Wasser. Marlen war von hier bis da im Wasser und noch wieder zurück. Und für sie war es echt kalt, aber trotzdem wundervolle Bilder. Wir kommen die Location einmal mit reinnehmen. Wir hatten auch kaum Zuschauer und die haben alle total beschäftigt getan, so angeblich. Sollen wir sowas noch mal machen? Sollen wir sowas noch mal machen? Ja. Cool. Okay.